Ja, wir filmen für ihr YouPorn-Channel. Kein Spaß mehr! Was geht ab? Und herzlich willkommen aus L.A. Ja, ich bin jetzt gerade in L.A., von Chicago nach L.A. Warum, wieso, weshalb erfahrt ihr alles in diesem Video. Vorher aber möchte ich erklären, warum mein Gesicht so rot ist. Das ist verbrannt. Sunkissed. Wir haben jetzt gerade... Wie spät ist das? Wir haben jetzt genau 19.46 Uhr, amerikanische Uhrzeit. Und Shaggy ist vor ungefähr 2 Stunden hier in L.A. gelandet. Denn sie besucht nicht. Ja, auf jeden Fall wollte ich euch jetzt nochmal ganz kurz dieses coole Zimmer hier zeigen. Und zwar, ich sitze hier gerade auf so einem Chefsessel, wie man sehen kann. Da ist mein Bett. Da hinten ist Shaggy's Bett. Wir haben so zwei Doppelbetten. Und hier ist die Aussicht. Los Angeles Flughafen. Dann ist hier noch so ein fancy Spiegel. Hi. Da sind meine ganzen Koffer, meine Klamotten. Keine Ahnung, wie ich diese Koffer wieder zubekommen soll. Da sind so meine ganzen Schuhe, meine Taschen. Und das hier ist das Badezimmer mit einem richtig korrekten Spiegel. Da gehen wir baden und duschen. Da gehen wir kacken. Da ist Klopapier. Da bin ich. Yo. Ich bewege deinen fetten Arsch sofort hier ins Hotelzimmer. Ich habe unnormalen Hunger. Und wenn du nicht bald kommst, dann reiß ich dir deinen F*** auf. Hab dich lieb. So, wir haben jetzt lecker Essen. Ich habe es nicht mehr geschafft, mein Essen zu filmen, weil ich es aufgegessen habe. Schmeckt's? Ey, Shaggy, was bringe ich dir immer mit, da ich irgendwo war? Shotglass. Nein, echt? Und auf all meinem Roadtrip, wo ich war, habe ich dir aus der Stadt ein Shotglass mitgebracht. Da waren wir mal kurz in Las Vegas. Wenn man das fokussieren würde. Las Vegas. San Francisco. San Francisco. Chicago. Das ist vom Alka Drastis Gefängnis. What the f***, Alter? Ja, das habe ich auch nicht falsch gemacht, wenn man da draus trinken soll. Ja, nicht zu viel. Na, ich bin jetzt vergeben. Jonas, wir schalten jetzt auch das Licht aus. So, wir haben uns jetzt fertig gemacht. Und jetzt fahren wir erstmal zum Venice Beach. Gucken mal, was da so abgeht. Shaggy wollte sich beim Muscle Beach ein bisschen aufpumpen. Bist du bereit, mit mir Los Angeles uns sicher zu machen? Ja! Ja! Zwei Minuten draußen. Shaggy wird direkt angequatscht. Ja, we're filming for her YouPorn-Channel. Oh, YouPorn-Channel? UPorn-Channel. YouPorn-Channel. Bist du bereit, mit mir vor. Everybody show some love and nice round of applause! Let's go! Hallo Sarah. Ja, wir haben einen Abend. Wir sind gerade an den Spendenbiet. Jetzt sind wir schon am Santa Monica Pier angekommen. Und wir haben uns jetzt gerade dazu entschieden. Marathon gelaufen. Ja, also Marathon gelaufen. Wir werden morgen solche Baden haben. Februar 2026. Wir sind am Start. Auf jeden Fall haben wir uns jetzt dazu entschieden. Da gehen wir jetzt drauf. Ey, lass mal da rausgehen. Ey, ich geh auf gar nichts hier drauf. Bitte. Nein, bitte. Ey, niemals, niemals geh ich auf irgendwas hier drauf. Niemals. Wenn du mich lief hast, gehst du mal wieder raus. Nein. Oh mein Gott. Kein Spaß mehr. Ich kann von hier oben unsere Ehre sehen. Was war das? Was war das? Was sind das für Gangsters hier? Hier sitzen einfach so kleine Kinder. Hier sitzen einfach so kleine Kinder. Jetzt seht ihr Michael Jordan in Person. Oh. 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 So. Oh... Oh. Oh. vom Fritz. Und genießen hier mal den Sonnenuntergang, würde ich mal sagen, ne? Komm, ich geh'n durch. Komm, ich geh'n durch. Oh mein Gott, endlich im Bett. Ja, das war ein Tag mit uns am Venice Beach. Und jetzt bist du nackt? Moment mal. Ja, das war ein Tag mit uns am Venice Beach. War das nicht toll? Könntet ihr die Vibes fühlen? Hallo. Hallo, Entschuldigung, ich vlogge gerade. Weißt du, was ich dazu sage? Alles klar. Wir werden uns jetzt noch einen Film reinziehen. Shaggy wird eh nach zwei Minuten wieder einschlafen. Okay, hast du sonst noch irgendwas zu sagen, was die Menschheit wissen muss? Follow me on YouTube, on Instagram. Okay, bye! Mal ganz kurz erklären, warum ich überhaupt in L.A. bin und ich in Chicago bei meiner Sprachreise. Mal ganz kurz. 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 Bis zum nächsten Mal.